Ich werde jetzt zu einer Leiche geschminkt. Ich könnte loslegen. Die Verwandlung ist perfekt. Normalerweise sehe ich so aus, wenn ich in die Maske reingehe. Aber was tut man nicht alles dafür, um beim Tatort mitspielen zu dürfen? Ich fange jetzt schon mal an zu sterben. 53, 1, die 1. Herzlichen! Vor Gericht hätten Sie damals als einzigen Beweis sehr schlechte Karten. Ist vielleicht für jemanden mit fortgeschrittener Altershypo-OP schwer zu erkennen, ohne Lesebrille. In der Leiche, die 5. Das ist für einen Lackenspilter. Er lebt noch. Die Leiche, C-DAD? 53, 1, die 2. Ist vielleicht für jemanden mit fortgeschrittener Altershypo-OP schwer zu erkennen, ohne Lesebrille. So, dann cut, cut, ich habe das gehört. Sonst fragt doch mal das Catering, ob die pro Profol haben oder so. Für die Leiche und den Regisseur. Für beide. Was ich nicht kann, mache ich mit Schwung. Voll 53, 1, die 5. Guck. Schuppen? Nein, Lacksplitter. Das wird meine Lieblingsszene. Lacksplitter. Die Wegen gegeben haben? Nein. Du bist tot, tot! Was ist denn los? Tut irgendwas weh oder was? Bist du denn einer von denen, die immer schon Leiche im Tater zu sein wollten? Hast du das gewonnen? Ja. Weiß ich nicht. Es gibt auch sonst so Pfeilgift, was man spitzen kann. Das ist erstmal so eine Weile. Lasst uns schnell, bevor ihr wieder aufwacht. 53,1 zu 7, Dicker. Kommt da noch was? Nee, da kommt nichts mehr. Mutti, Mutti, Papi sagt, das Zirkuszelt ist aufgebaut. Schauen Sie mal. Dicker, wir machen Tonfilm. Tonfilm. Okay, das ist ein ganz normaler Montagmorgen. Oh, nee, Freunde, echt nicht. Komm. Da kommt noch auf, na. Unverschene Verkaufschung. Du bist ein ganz normaler Montagmorgen, oder? D Entenbez neighbours.